Moin zusammen! So, heute mal ein Tutorial, was nicht in der Endzeit verhaftet ist, sondern was für ein historisierendes Fantasy-Setting, wo ich mich jetzt auch gerade in der letzten Zeit ein bisschen mit beschäftigt habe und dementsprechend ein Tutorial machen möchte für etwas, was ich jetzt ausgetüftelt habe. Vorneweg, was ich heute erzähle, ist für LARP und es ist ein einfacher und günstiger Versuch, eine historische Root-Mode umzusetzen. Das Ganze hat keinerlei Anspruch, historisch korrekt zu sein und hat garantiert keinerlei Renactment-Standard oder Ähnliches, weil wir reden heute über den Cocktail, der mit Sicherheit auch für viele Renacter ein sehr wichtiges Thema ist und das, was ich hier zusammengehunzt habe, entspricht garantiert keinem Ausrüstungsleitfaden irgendeiner Renactorengruppe. So, was habe ich getan? Ich habe versucht, diesen klassischen militärischen Cocktail nachzubauen und habe das, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Sieht erstmal aus wie ein Dreispitz. Jetzt mal hier so ein ziviler Dreispitz, Cocktail. Sieht sich relativ ähnlich, hat aber eine wesentliche Abweichung. Eine wesentliche Abweichung, die man relativ schnell sieht, ist, man sieht hier relativ gut, und beim normalen Dreispitz habe ich hier drei gleichmäßige Klappen, die hochgeklappt sind und entsprechend dann noch festgenäht sind. Wenn ich das mit dem Cocktail vergleiche sehe, sehe ich, dass die drei Klappen hier ungleichmäßig sind. Ich habe eine sehr, sehr große Rückklappe und ich habe zwei kleinere Vorderklappen, die entsprechend dann sozusagen den Frontpart bilden. Das Ganze sieht getragen dann etwa so aus. Nicht wundern, der sitzt schief, das soll so, weil Dinge, die ich von Renactoren gelernt habe, hier bewegt sich die Muskete, wenn das Ding da ist. Also keine Freude. So, so sieht das Ding dann ungefähr auf dem Schädel aus. Ich habe jetzt hier entsprechend versucht, einen zu basteln, der gleich die richtigen Farben hat für die Gruppe, in der ich dann auch spielen werde. Und ich werde jetzt heute einen zweiten davon bauen und das versuchen, anhand dieser Geschichte dann einmal zu erklären, was ich mache, was ich brauche, etc. Wie gesagt, ganz wichtig, LARP, nicht Relactment. Und ich versuche bewusst, mit Dingen zu arbeiten, an die man rankommt, die man relativ einfach auch zur Verfügung kreiert hat und nicht irgendwelchen elaborierten Shops suchen muss. Aber da komme ich gleich noch zu. So, wir haben uns jetzt kurz mit den Unterschieden beschäftigt. Aber jetzt ist die Frage, was hat dieser tolle Cocktail eigentlich an Features? Was kann der eigentlich, was ihn jetzt so besonders macht im Gegensatz zu dem normalen Dreispitz? Naja, er ist ganz funktional, also könnt ihr ihn als Funktionsbekleidung bezeichnen. Zum einen haben wir, was vielleicht nicht so ganz üppig ist, hier haben wir ein relativ hohes Hutband, äh, Hutband, Schweißband. Ich will immer Hutband sagen, es tut mir leid. Ein relativ hohes Schweißband, das hat hier einfach auch die Funktion, dass es innen diese Bänder hält, die die Seiten hochklammern. Und das ist nämlich auch eine seiner tollen Funktionen. Man kann sozusagen diese Knoten hier drin aufmachen. So, und jetzt sieht man hier, dass diese Bänder lustig durch die Kalotte vom Hut durchgezogen sind und außen entsprechend auch. Und dadurch werden sie sozusagen rangezogen oder ich kann sie lösen. Das gibt zum Beispiel den großartigen Vorteil, dass wenn es im Sommer scheiße, heiß und sonnig ist, was natürlich auf keiner Großkorn in Deutschland jemals sein würde, kann ich mir die dümmste Basecap der Welt TM bauen und habe eine wunderbare Verschattung vorm Gesicht und erfülle jedes Duvet, Hut Credo und jede Anforderung der Richtung zum Vielfachen. Ja, wunderbar, wunderschön blöd. Tatsächlich eine der Funktionen, die auch historisch durchaus genutzt wurden. Was ich auch machen kann, wenn mir meine Kokade nicht gerade komplett runterflappt, ist halt den Hut auf mehr als einer Seite runter machen. Zum Beispiel jetzt hier alle Seiten bis auf die Kokade. Das ist zum Beispiel eine Variante, wenn ich mich nicht komplett irre, wie sie auch durchaus getragen wurde. Zum Beispiel hat, glaube ich, die Light Infantry der Briten die früher teilweise so getragen. Ja, ihr seht, also doofes Hut Credo, yes man. Ja, viel mehr Features gibt es nicht, außer lustige Puschel, die möglichst blöd aussehen und dass da halbwegs regenstabil sein sollte. Ja, kommen wir mal dazu, wie wir den bauen. Was brauchen wir jetzt erstmal? Ein Werkzeug. So, Werkzeug. Ja, was ich brauche ist was zum Schneiden. Rasier- oder Trapezklinge. Ich würde euch an der Stelle empfehlen, nehmt hier eine Trapezklinge zur Hand, kauft euch die einfach mal. Es geht noch um diese Abbruchklinge. Wichtig ist, ihr braucht eine relativ scharfe Spitze später für gewisse Dinge während der Sache. Genau, ein bisschen Nähzeug. Ihr braucht ein weißes und ein schwarzes Garn. Die habe ich lustigerweise jetzt noch gerade nicht rumliegen, aber die hole ich mir gleich noch, wenn ich dann ins Nähen gehe. Genau, vernünftiges großes Messer, eine Schere wäre vielleicht auch sinnvoll. Das Ding, Pinzette, wird noch richtig wichtig, zeige ich euch dann. Genau, ansonsten braucht ihr ein Kleinzeug, ein farbiges Band, was dann hier sozusagen diese Kokadenbefestigung bildet, wo man dann hier lustig die Kokade reinschieben kann. Da gibt es auch verschiedene Varianten, da werde ich ja, glaube ich, heute nicht drauf eingehen, weil da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt einfach nur was improvisiert, was erstmal als Platzhalter dient. Genau, ihr braucht weißes Band, offiziell Begriff ist, glaube ich, Köperband, hatte mir eine Bekannte mitgeteilt, wenn ihr es darunter sucht. Ansonsten, wenn ihr es auf diversen chinesischen Online-Shops sucht, heißt es Webbing. Aber denkt dran, wenn ihr es euch in China bestellen wollt, macht es jetzt, weil ab 1. Juli fällt die Zollfreigrenze weg. Yay! Danke, deutscher Zoll! Genau, was wir brauchen, ist was für den Rand. Da benutze ich hier Schrägband. Das ist 40 mm Schrägband, schon entsprechend vorgeplättet und vorgefaltet. Und ein wenig Wolle, die ist hier jetzt bei mir so ein bisschen schon gewählt und geriffelt. Die wird dann eben benutzt, um hier diese, die Puschel, keine Ahnung, wie der Fachbegriff ist, zu machen. Zeige ich euch aber auch entsprechend dann alles noch. So, genau. Fangen wir an mit dem Rolling. Riesendiskussion, wo kriege ich Rohlinge her? Es gibt durchaus Hersteller, die Rohlinge vertreiben. Das Problem ist, sie sind oft noch nicht voll ausgeformt. Und wenn ihr keine Ahnung von Hutmacherei habt, nicht das richtige Werkzeug, die Ausstattung habt, würde ich euch davon abraten. Und was ich mache und was ich auch als einfach empfinde, ist, sich entsprechend einen fertigen Grundhut zu besorgen und den dann umzuarbeiten. Das habe ich jetzt hier für den zweiten auch mal gemacht. Das ist so ein ganz klassischer Abenteurer-Hut irgendeines großen deutschen Lab-Versenders. Kennt jeder. Super simpel. Ja, tut nicht weh. Okay, so, jetzt muss ich mal ganz kurz was suchen. So, das Ding ist mir noch später wichtig, deswegen würde ich das mal hören. So, jetzt fangen wir hier mit dem Ding mal an. Was wir jetzt hier als allererstes machen, sind zwei Dinge. Das allererste ist, wir nehmen uns eine Klinge und trennen dieses olle Hutband hier raus. Schweißband, nicht Hutband. Das Problem an diesem Hutband ist, es ist aus Polyester und wir wollen es nicht. Wichtig ist, hebt diese rausgetrennten Sachen auf. Dann gibt es hier noch am Rand entsprechend ein Band. Das wollen wir auch einmal abtrennen. So, jetzt habe ich hier das Außenband auch ab. Auch das heben wir auf. Jetzt sieht man hier, dass dieser Hut hier noch die Krempe auch noch einmal umgenäht ist. Auch das wollen wir aufmachen. Warum? Wir wollen nämlich möglichst eine große Krempe haben. Und diese Verstärkung ist für uns gar nicht so richtig sinnvoll. Und es ist einfach nochmal ein halber Zentimeter Krempe, der uns gut zu Passe kommt. So, jetzt habe ich das hier auch aufgetrennt. Jetzt kann ich das hier entsprechend ausbeulen. Und das werde ich dann einmal ausbügeln. Bügeleisen haben die meisten. Das ist hilfreich. So, und jetzt kommt noch eine ganz super beschissene Aufgabe. Pinzette. Diese Garne, mit denen das hier vernäht ist, sind super billiger Rotz. Sobald die feucht werden, fangen die an, rot-dunkel-rot-bräunlich auszubluten. Das heißt, wenn wir unsere weißen Dinge jetzt hier drüber nähen, weil das Ding wird einmal nass, haben wir einen ganz lustig versauten Hut. Das heißt, was ich jetzt tatsächlich mache, ist, ich nehme mir meine Pinzette und gehe hier dann komplett einmal außenrum und ziehe alle Pferden, die noch irgendwo zu sehen sind, aus dem Hut raus. Da hilft es, ich rubbel das immer so einmal über. Das löst schon mal die meisten. Und dann kann ich beim zweiten Rundgang einfach mit der Pinzette reingehen und das, was noch fest ist, relativ einfach rausziehen. Gebt euch da bitte richtig, richtig Mühe. Saugt den vielleicht zum Schluss auch noch einmal ab, dass nichts zurückbleibt. Dasselbe gilt hier für den Bereich, wo dieses Schweißband fest war. Sorgt dafür, dass keinerlei von diesen Garnen mehr da sind. Das macht euch das Leben wirklich einfach ein. Ich habe alles nochmal nähen dürfen, weil ich es nicht gemacht habe. Dann habe ich ihn einmal nass gehabt und plötzlich war alles rot, braun und eklig. Ist eine Viertelstunde Arbeit, kann ich euch wirklich empfehlen. Ich lasse es jetzt mal. Ich mache es dann mal im Off, weil ich noch ein, zwei andere Sachen zeigen will, bevor ich dann nämlich eine Nährpause bis morgen einlege und dann das Tutorial weitermache. So, wir haben jetzt hier einmal dieses Band von außen rum. Jetzt nehmen wir unser Schrägband und messen entsprechend auch einfach dieselbe Menge, ein bisschen mehr Schrägband ab. Dann reicht uns das nämlich auf jeden Fall für unsere Hutrandgeschichte. So, das haben wir dann schon mal. Dann brauchen wir entsprechend noch die Bänder, um den Hut später hochzubinden. Da empfehle ich so, ja weiß ich nicht, so entspannt einmal die Arme auseinander lehnen. Das reicht. Davon nehme ich zwei, das werden sozusagen vorne links und vorne rechts. Und den dritten für hinten mache ich ein Spür länger, damit man den besser findet. So, dann habe ich meine drei Bänder hier. Zeige ich euch dann später. So, jetzt kommt der wirklich interessante Part. Stopp, nee, eine Sache müssen wir noch zuschneiden. Habe ich gerade schon wieder fast vergessen. Ich habe hier noch so ein wenig weißen Baumwollstoff für den Innenteil des Hutes. Da nehme ich auch einfach mir meinen Stoff, nehme mir mein Schweißband, lege mein Schweißband hier einmal drauf. Man sieht es jetzt vielleicht halbwegs. Ich schneide mir das so im Groben und Ganzen einmal in der Länge zu. So, was ich jetzt hiermit machen werde, ist, ich werde das einmal falten. Ich werde es jetzt hier oben einmal zusammennähen, dass ich einen Schlauch habe. Dann natürlich versäubern und dann werde ich den Schlauch umdrehen. Und mehr zeige ich euch dann auch, wenn ich alles zusammengenäht habe. Sozusagen morgen oder übermorgen, wenn ich in Teil 2 gehe. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern Abend mal das getan, was ich gestern soweit schon angekündigt hatte. Ich habe einmal die Nähte hier versäubert. Ich glaube, ich sehe hier gerade noch einen kleinen. Wie ist das einer? Ne, es war keiner mehr. Gut, kein Fadenende. Wichtig ist, dass ihr bei der ganzen Geschichte hier wirklich, wirklich intensiv schaut. Es gibt einmal halt außen zwei Nähte, es gibt innen die beiden Nadelinien und es gibt hier diese Mulde, wo sich auch gern was drin festsetzt. Da sollte man wirklich, wirklich intensiv schauen, dass man da nicht zurück behält. Weil, wie gesagt, alles, was drauf bleibt, ist im Zweifel hinterher ganz, ganz übel und macht euch viel, viel Zusatzarbeit. So, das habe ich gemacht. Was ich noch gemacht habe, ist, wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze jetzt schon mal gebügelt. Sprich, ich habe diesen halben Zentimeter, der vorher eingeklappt war, habe ich ausgebügelt. Für alle, die mit Hüten noch nichts zu tun hat, dafür am besten das Bügeleisen erstmal auf Volldampf stellen und dann sozusagen von Hand raus bügeln und Stück für Stück den Rand dann sozusagen flach bügeln. Und wenn ihr das habt, nutze ich zur Fixierung immer gerne für solche Sachen jetzt Sprühstärke, weil sich das einfach ganz gut macht, um es ein bisschen zu befestigen. So, was wir jetzt machen wollen, ist diese ganze Geschichte hier mit den Bändern. Also, einmal hier diese Ansichtseite und dann entsprechend hier auch die Schlitze in der Kalotte, um das Ganze dann von innen hochziehen zu können. Was ich dazu mache, ist, ich gucke mir meinen Hut an. Wir vergleichen das jetzt mal. Man sieht hier, dass ich hier auch praktisch die Ovale so genutzt habe, wie man sie sieht. Also, sprich, der eigentlich Kopfpart, die Kalotte, sage ich jetzt dazu. Ich habe keine Ahnung, wie es offiziell heißt. Ich behaupte, es heißt Kalotte. Soll halt in diesem Ovalen auch bleiben, weil die ist halt darauf ausgelegt. Unsere Köpfe sind halt entsprechend Oval. Also, das heißt, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich gucke mir einmal an, dass ich hier sozusagen mir die Achsen markiere. Und dann gucke ich mir, und da bin ich jetzt ganz dreist, ich spicke das jetzt einfach mal über diesen Hut, weil Sachen, die man schon einmal gemacht hat, ne? So, das ist sogar halbwegs auf einer Höhe. Jetzt kommt hier mal so ganz grob das Ganze rüber. So, es muss auch nicht super fein sein. Es geht nur darum, dass wir so ein bisschen wissen, wo wir später die Anschläge sozusagen machen. Also, wenn wir jetzt mal gucken, ich möchte euch das hier mal zeigen. Auch hier sind die Schnitte, wo es dann reinläuft, relativ weit oben. Das heißt, was ich jetzt hier versuche noch zu machen, hier habe ich das Teile so ein bisschen zu weit unten. Aber das werde ich jetzt hier beim Zweiten besser machen. Ich werde jetzt hier einfach mal mir auf dieser Linie, wo der Hut fast in die Rundung schon übergeht, einfach mal... Ihr seht, dass es als Augenmaß ist, aber das ist trotzdem noch okay. Jetzt habe ich hier meine Schnittlinien. Das heißt, ich habe später hier eine Befestigung. Ich habe hier eine Befestigung. Ich habe hier eine Befestigung. So, jetzt müssen wir die ganze Sache auf der Außenseite machen. Was ich zuerst mache, ist, dass ich einmal das Ganze hier vorstecke, um zu gucken, ob ich irgendwo kompletten Blödsinn gemacht habe. So, das heißt, ich klappe jetzt gerade hier die hintere Seite einmal rein. So, machen wir das mal so. Schubs, mit einer Nadel kurz fix fest. So, das ist keine Stecknadel. So, und schon merke ich, dass er noch gar nicht ganz gerade ist. Das sieht man jetzt schon. Man sieht auch, dass ich hier die Nadel sehr, sehr, sehr unterschiedlich drin habe. Das heißt, wenn ich die jetzt etwa auf die Höhe nochmal setze, dann sollte das schon etwas gerade aussehen. Ja, ist noch nicht schön, aber wir sehen, es kommt. Und auch bei meinem ist das, wenn man dort drauf guckt, da ist in diesem Zustand eher so semi-perfekt. Also, man sieht schon, dass diese Seite hier ein bisschen breiter ist. Was auch daran liegt, dass das hier noch nicht richtig hochgezogen ist. Wie man so schon sagt, die guckt sich weg. So, hat er sich hier gehofft gelöst. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, ich markiere mir jetzt im Großen und Ganzen kurz einmal sozusagen meine Stellen, an denen ich die ganzen Sachen haben möchte. So, ich habe jetzt hier praktisch außen drei Markierungen gemacht, wo im Groben die Schnür umsitzen soll. So, einmal die Nadeln wieder raus. Wie gesagt, der Rest ist ein bisschen ausprobieren. Es kann auch sein, dass, wenn ihr es selber macht, ihr gerade in der Kolotte zwei, drei Schnitte mehr habt, bis es alles richtig sitzt. Das tut aus meiner Sicht aber keinen großen Abriss, solange ihr da nicht riesige Schnitte reinmacht. Versucht sie einfach so schmal zu halten, wie sie sein müssten. So, ich fange jetzt mal hinten an. Das heißt, ich möchte hier, irgendwie bei mir, möchte ich hier dieses System sozusagen haben, was ich mir jetzt benutzt habe. Das ist tatsächlich super simpel. Und zwar ist das so ein Streichholzbriefchen. Streichholzpäckchen heißt das, ja. So, das heißt, ich mache mir jetzt hier mal zwei Linien. Das ist sozusagen mein Abstand in der Höhe. Und jetzt habe ich für mich entdeckt, wenn ich das jetzt einmal außen anzeichne und dann einmal außen anzeichne. So, jetzt ist meine Methode, dass ich grob weiß, dass ich das gleich schief gemacht habe. Naja, ne? Ich sage, das ist alles Augenmaß. So, und jetzt nehme ich mir meine Trapezklinge und mache hier etwa auf der Hälfte des Ganzen zwei kleine Schnitte. Wichtig ist, dass man weit genug, wenn man so rumschneidet, außen ansetzt, dass der Schnitt dann sozusagen auch in der Mitte ist und hier natürlich entsprechend innen ansetzen. So, und oben mache ich das genau andersrum. Da mache ich die Schnitte außen, außerhalb der Markierung. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das was geworden ist. So, ich nehme mein Band. Ich benutze ja zum Durchfädeln meine Pixette. Die macht sich dafür ganz gut. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach das Ende, suche mir eins von meinen unteren Löchern, stecke das da rein und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. So, das war nichts. So, was ich jetzt versuche zu tun, ist, dass ich die beiden Enden versuche, gleichmäßig lang zu haben. Das ergibt, denke ich, ohne weitere Erläuterungen Sinn. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Das Ganze ist ziemlich verdreht. Das hätte ich früher vielleicht lösen können. Jetzt muss ich das leider nachträglich machen. Das heißt, ich drehe jetzt hier an einem der Bänder, so lange, bis der ganze Kram hier hinten zumindest schön glatt liegt. So, jetzt kommen meine beiden Bänder möglichst schön hier raus. So, das kann man dann noch ein bisschen drehen und wenden. Also, ich habe jetzt hier das Rechts nicht ganz schön. Das Links finde ich noch nicht so schön, weil es sich verdreht hat. Da versuche ich jetzt mal, dass das auch ein bisschen mehr so aussieht wie auf der anderen Seite. Schon besser. So, und jetzt müssen wir das Ganze oben wieder wegschieben. So, und über zwei. Wo ist der Schlitz? Da ist der Schlitz. So, und schon habe ich hier, ja, ist etwas breiter geworden als bei meinem, was ich aber auch beabsichtigt habe, weil ich finde, dass, wenn es ein bisschen breiter ist, eigentlich schöner. Ja, so, jetzt kommt der wichtige Part, nämlich der Schnitt in der Kalotte selbst. Was ihr jetzt macht, ist, ihr biebt das jetzt wirklich so hoch, wie es maximal hoch zu biegen geht. Ah, Kontrast hinterher gegen schwarz. So sieht man es durch ganz gut. Also wirklich schön flach machen, weil hinten soll es möglichst hoch sein. Wir wollen, dass die Krempe möglichst über der Kalotte ist. So, und das biege ich jetzt hier so einmal hoch und dann gucke ich mal, wo meine Bänder rauskommen. Man sieht das jetzt hier ganz gut. Das heißt, da mache ich mir jetzt einfach mal eine grobe Markierung ganz leicht da drüber. So, ganz leicht da drüber. Das sieht gut aus. So, das ist jetzt ein bisschen unter meiner ursprünglichen Markierung, aber das ist nicht schlimm. Wir testen das jetzt hier einfach mal aus. So, hier machen wir jetzt entsprechend wieder zwei Schnitte. Passt auf, dass ihr euch dabei nicht in die Finger jaucht. Ups, der ist ein bisschen breit geworden, aber es ist nicht schlimm, weil das ist nur semi-wichtig. Sollte nur nicht mehrere Zentimeter lang sein. Also grob so breit wie das Band ist gut, weil dann rutscht das Band auch nicht durch. Das heißt, wenn ihr mal innen den Knoten nicht super, super fest macht oder es vielleicht auch einfach mal vergesst oder er sich löst, fällt euch der ganze Kram nicht komplett auseinander, weil dann sozusagen der Filz so ein bisschen wie so ein Bremsklotz wirkt. So, jetzt haben wir hier Nummer 1. Ich mache es jetzt einfach, dass ich die Enden mit einem einfacheren doppelten Hausfrauenknoten sozusagen sichere, also zweimal durchgezogen und dann bekommt man hier so eine schöne kleine Kugel, die dann auch durch diese Öffnungen nicht mehr abhauen kann. Außer es zieht jemand mit Kraft dran, die nicht Teil der Planung ist. So, und wenn ich das jetzt hier zusammenbinde, ich bevorzuge es hier einen halben Schlag zu machen, für alle, die ihn kennen. Es gibt einmal die Möglichkeit Schleife, finde ich aber auch so ein wenig im Raum mal schwierig. Ich mache es hier mal einen halben Schlag. So, sieht man auch, der ist nicht hundertprozentig fest. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Seite. Sieht jetzt schon mal irgendwie ganz ähnlich aus. Ja, es sieht noch kürzer aus. Es liegt einmal daran, dass der Hut hier zwei Nummern kleiner ist und zum anderen ist der weiße Krant noch nicht drauf. Der bringt ja auch nochmal eine ganze Menge. Und die Frage ist auch, ob man ihn jetzt so festmachen muss, wie ich das jetzt gerade getan habe. So, machen wir einen zweiten. Weil ich will fertig werden. Ich will euch zeigen, wie ich es mache. So, ich mache jetzt auch nur noch diesen einen hier. Den anderen mache ich dann sozusagen offscreen. Ich will euch nur einfach einmal hinten und einmal sozusagen die Seiten zeigen, damit ihr grob wisst, was ihr tun müsst. So, jetzt sieht man hoffentlich, Kontrollblick, yep. Jetzt sieht man, dass hier die Bänder ein bisschen höher rauskommen. Das ist normal. Was ich jetzt möchte, ist, den Schnitt möchte ich nicht dort machen, wo sie rauskommen. Also hier. Ich gucke das mal in die oberen Kammer. Also hier, sondern tatsächlich ein Stück darüber. Das heißt, ich mache jetzt diese Markierung etwa auf dieser Höhe. Was tatsächlich auch etwa die Höhe ist, die ich vorhin angezeichnet habe. So. Ja, das sieht gut aus. Jetzt habe ich hier meine Markierung. Man sieht hier noch relativ dünn die Linie, die ich vorhin auch grob angezeichnet habe. Das sind meine beiden Seitenmarkierungen. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach zwei schnelle Schnitte. Breit genug. Breit genug. Nehme mir wieder meine Pinzette. Und fädel den Kram da durch. Achte gleich beim Durchziehen darauf, dass er sich sauber reinzieht. Dass ich jetzt hierbei inzwischen den beiden Sachen nicht noch das Körperband verdrehe und verwurste. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Und schon haben wir hier eine Seite. Und wenn man die jetzt mal, ich versuche die zweite Seite mal dagegen zu halten, wenn man die jetzt auch hoch hält, wie sich das von oben anguckt. Weißkontrast ist ein bisschen scheiße. Es tut mir auch richtig leid. Sieht man aber schon, dass die Form etwa hinkommt. Wenn ich jetzt mal meinen anderen Hut drüber lege, dann sieht man, dass das... Das ist natürlich hier ein Tick zu groß. Schrägstrich ein Tick zu mal dran. Ich mache das mal so. Gehe ich mal so rum. Ja, genau. Also man sieht jetzt, dass die Form durchkommt. So. Das ist der Trick mit den Bändern zum Hochbinden. Ich schnüre das Ganze jetzt einmal wieder auf, weil ich möchte euch jetzt kurz was zum Rand erzählen. So. Ganz wichtig, wenn ihr an dem Hut arbeiten wollt, zieht die Bänder ruhig relativ weit raus. Dass ich daran erinnere, dass ich hier noch die Sperrknoten drauf machen sollte. Damit die Krempe relativ viel flach wird und ihr daran vernünftig arbeiten könnt. Das andere ist nämlich blöd. So. Sperrknoten. So. Jetzt müssen wir... So. Und weiter geht's im Text. Wir müssen jetzt noch das weiße Band außen drauf bringen und wir brauchen nur unser Hutband. Beides zeige ich euch jetzt zumindest die Ansätze. Weil wenn ich euch jetzt hier komplett ein Fond nähe, dann werdet ihr alle abschalten. So. Hier habe ich jetzt meinen Küpper. Der Küpper war eigentlich schon mein Schreckband. Und lustigerweise waren da schon ein paar schwarze Fusseln von dem Original-Fan drauf. Da achtet drauf, dass ihr das nicht habt. Ich weiß, ich nerve damit, aber es war wirklich eine schmerzhafte Erfahrung, das alles normal machen zu müssen. So. Was ich jetzt mache, ist meine Methode. Wenn einer eine bessere findet, bitteschön. Ich gucke mir jetzt an, wo ist hinten, wo ist vorne. Das hier ist vorne, das hier ist hinten. Ich fange an, anzusetzen. Sozusagen in dieser... Da, wo später der... Die Puschel drüber liegen. Und wo habe ich es hier? Ach, auf der Seite sieht man es. Nein, an der Stelle, wo der Puschel liegt, habe ich hier die Überlappung. Was ganz cool ist, weil dann sieht man die nicht. So, das heißt, ich werde irgendwo hier anfangen. Okay, das muss kurz so. Was ich jetzt mache, ist, ich lege mein Schrägband drüber. Wenn man das jetzt hier drauf legt, sieht man... Ich lege es einfach mal so drauf. Ihr seht, dass man in der Mitte hier diesen Bereich sieht, wo das Körperband nicht deckend gefaltet ist. Es sieht nicht optimal aus, wenn man das sieht. Was ich deswegen mache, ist praktisch, dass, wenn man von oben drauf guckt, ich das mit dieser Kante hier, bündig sozusagen oben an den Hutrand lege. Sodass dieser durchsichtige Bereich praktisch auf der Filzkante liegt, wo er dann nicht stört und wo man das gar nicht so richtig sieht, dass das halt ein Schrägband ist, was an dieser Stelle halt so ein bisschen durchsichtig ist. So, jetzt würde ich das halt einmal rundherum feststecken und dann ganz entspannt mit einer einfachen Naht. Komm, stell mal scharf, bitte. Mit einer einfachen Naht festnähen mit einem weißen Garn. Das ist es im Grunde nochmal an der Stelle. So, dann zum Inlay. Da habe ich hier schon mal das genährte Teil und jetzt brauche ich einen Nadel mit schwarzem Garn. Kurzer Schnitt. Schwarzes Garn. So. Was ich euch jetzt an Technik zeige, ist, wie ich es mache. Wie gesagt, wie immer kein Gewähr für, das ist die beste Methodik. Aber ich glaube, dass ich damit ganz gut liege, weil ich nähe es nicht so fest, dass man es nicht wieder rauskriegt, sondern ich stecke es praktisch einfach nur mit einer sehr, sehr lockeren Naht fest, weil, sind wir ehrlich miteinander, wir werden die Dinge auch viel im Sommer tragen, gerade auf Großkorn-Saison und ich muss euch sagen, wenn ich eine Woche mit dem Deckel übers Epic, Conquist oder Drachenfest geiert bin, möchte ich, glaube ich, mein Speisband auch mal waschen. Deswegen mache ich es so, dass ich es einfach schnell raus trenne und wieder reinnähen kann, damit ich zumindest den Teil mal ordentlich waschen kann. Ich habe jetzt dieses Stück Stoff, wie gesagt, zusammengenäht, was ich gestern erzählt habe. Ich drehe es jetzt einmal fix um und schon am Schluss beschleunigen, damit wir es rumgefuddelt hier nicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das Video wird eh schon eine Stunde lang gefühlt. Jetzt haben wir es so. Einmal auf rechts gezogen und jetzt mache ich eine wichtige Sache. Erstmal nehme ich hier die Schrägwandbier runter. Ich nehme mir jetzt dieses Ding und man sieht, dass sich das hier schon so ganz passig so etwa auf dem Viertel abgefaltet hat, dass die Naht nicht am Ende ist. Und das ist auch genau das, was ich haben möchte. Warum? Das Ding liegt ja später um den Kopf. Das heißt, ich möchte die Naht halt nicht unten haben. Dann würde mir die Naht, die ist zwar kein großer Buckel, aber die würde mir immer irgendwie in die Stirn oder in den Kopf drücken. Sondern was ich machen möchte, ist praktisch, dass ich das Ding so rum rein nähe, in den Hut, dass die Naht irgendwo oben liegt, wo der Kopf dann halt schon zusammen geht und wo sie mich nicht mehr stört. Dementsprechend nehme ich mir jetzt meinen Hut, nehme mir mein Schweißband und lege das so rein, dass die Naht unten ist. So, und jetzt setzen wir mal wieder hinten an, würde ich sagen. Und dann ist immer wichtig, dass man einmal kurz einklappt, um zu gucken, wo die Hutkante eigentlich final sein wird. Weil ich möchte ja nicht, dass das Weiße unten groß raussteht. Andererseits möchte ich auch nicht, dass man erstmal 5 cm Hut hat, bevor man dann am Schweißband ankommt. Das soll ja alles irgendwie passen und das Schweißband soll ja seine Funktion, sprich, so ein bisschen den Schweiß und das Fett, was man ja gerade gerne auch auf der Stirn hat, auffangen. So, ich stecke das mal schnell fest ins Zeitraffer. Ich nehme mir mein Garn und meine Nadel und fange jetzt sozusagen an, dass ich hier einmal kurz einen Ansatz mache. Ich habe ja so einen kleinen Knoten hinten im Garn, damit das Ding nicht durchrutscht. So, und was ich jetzt mache, ist praktisch, ich falte mir den Hut auf, greife rein und was ich jetzt mache, ich steche nur ganz oberflächlich in den Hut rein, benutze die Nadel sehr, sehr flach, mache einen relativ weiten Stich, schön flach einstechen, relativ große Strecke überbrücken. So, aber was ihr jetzt hier seht, ist praktisch, dass ich so eine ganz simple Stecknaht mache, die nur so alle anderthalb Zentimeter mal fest ist, die dann sozusagen das Hutband drin erhält. Jetzt wird man sich im Zweifel fragen, warum ist dieses Hutband eigentlich so lang und so groß? Und weil er mich garantiert, sonst hinterher in den Kommentaren fragt, ich schaue mal, wie breit ich das überhaupt gemacht habe, ich mache es alles nach Gefühl. Das hat sozusagen jetzt halbiert, siebeneinhalb Zentimeter, das heißt, es wird im Original so 16 breit gewesen sein, also aufgeklappt, 16 Zentimeter, bisschen Naht weg, insgesamt sind es noch knapp über sieben Zentimeter über. Das hat ganz einfach den Grund, ich zeige euch das mal bei meinem anderen Hut, und dass dieses Hutband gleichzeitig als Tasche für die ganzen Verschnürungen dient, weil so kann ich mir meinen Hut einfach nehmen und kann mir den aufsetzen und alles ist schick. Wenn ich jetzt diese Tasche nicht habe und diese ganzen Bämsel da drinnen lustig umherrollen, dann habe ich jedes Mal, wenn ich meinen Hut aufsetzen will, das Problem. Und das heißt, ich setze jedes Mal vom Hut aufsetzen, da fummle den Kram da irgendwie rein und versuche diese Dinge möglichst schnell auf den Kopf zu kriegen. Das macht euch nur Arbeit und nervt und deswegen machen wir das so, dass wir die so hoch haben, dass wir da entsprechend die ganzen Schnürsenkel, ich nenne das jetzt aber auch Schnürsenkel, reinkriegen, sodass die uns hinterher nicht mehr nerven. Weil an die meisten davon müssen wir auch nicht ran, weil gerade der zum Beispiel hier an der Kokade, ich glaube nicht, dass ich den jemals aufmachen werde, wo meine Kokade sie traumhaft zerstört, da muss ich mir auch noch was Besseres ausdenken. Ah, Kokade, wo wir gerade drüber reden. Platzhalter Kokade. Was habe ich gemacht? Ich habe praktisch einen schwarzen Stoffstreifen genommen, habe den so ziharmonikamäßig gefaltet und in der Realität ist das einfach nur ein, was sind das, roundabout 55 cm, schätze ich mal, 56 cm lang, 11 cm breit, ziharmoniker gefaltet, Platzhalter Kokade, bin ich auch noch nicht happy mit, aber irgendwie sowas macht sich gut. Bei meinem alten zivilen habe ich einfach ein Stück Wurtband genommen und habe das entsprechend zusammengezurrt, also sprich einen Faden durchgezogen durch den Rand und wenn man den dann eng zieht, dann entsteht hier diese Rosette. Auch super praktisch. Cooler Tipp, falls man mal irgendwie so Blümchenrosetten oder sowas braucht. Einfach ein Wurtband nehmen, außen mit einem ganz lockeren Stich durchfädeln, das Ganze zusammenziehen und schon hast du ein Blümchen. So, das soll jetzt der nächste Part erstmal gewesen sein. Wir sehen uns wieder, wenn ich die ganzen Sachen festgenäht habe und den ganzen Kram gemacht habe und dann machen wir den nächsten Part und das werden dann die Böbbels und der ganze Kram mit der Kokadenhalterung und so. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, der dritte Tag. Wie man hier sehen kann, war ich fleißig. Ich habe den, die noch notwendige Hochbindung ergänzt. Das heißt, wir haben hier drinnen jetzt dann entsprechend auch alle drei Hochbinder zur Verfügung. So, das Inlay ist entsprechend drin und die Tasche funktioniert, wenn man es jetzt nicht, so wie ich gerade eben, einmal hoch macht. So, der Rand ist benäht. Die Form ist auch ganz passig. Da muss man nochmal nachbügeln, aber das ist Kleinkram, der sich dann Stück für Stück auflöst. So, kommen wir zum Feinschliff. Was wir jetzt noch brauchen, auf jeden Fall, sind hier unsere Toddeln. Dafür habe ich ja hier dieses umlaufende, mach das mal so, dafür gibt es hier so ein umlaufendes Band, was dann hier verknotet ist unter der Kokade. Was uns dann noch fehlt, ist hier die Kokadenhaltung, also das gelbe Band und der Knopf, der Einheitsknopf mit dem Einheitssymbol, Schrägstrich der Einheitsbenennung, sagt man das so? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, ich fange jetzt aber erstmal mit den Toddeln an. Ich habe mir erlaubt, schon mal eine zu machen. Das ist die erste, die hängt jetzt hier schon auf diesem lustigen Bändchen und jetzt zeige ich euch, wie ich die mache. Da gibt es zur Sicherheit total kluge Methoden, die von total klugen Leuten entwickelt wurden, die ich aber nicht kenne. Ich habe da so mein eigenes Ding entwickelt und zwar nehme ich dieses Ding hier als Basis und das ist lang 6,5 6,7 Zentimeter. So, was ich jetzt mache, ist, ich nehme mir meine lustige Wolle, lege mir hier einen Anfang hin, etwa so lang, wie das Ganze später sein soll und jetzt werde ich gleich das einfach da drum wickeln. Ich habe es ein bisschen getestet für diese, ich sage mal, eher nicht ganz so riesig substanziellen Bobbel, nehme ich 50 Wicklungen. Das heißt, das sind insgesamt dann nach allem Riese roundabout 100 Pferden, die hier diese Turtel bilden. Das macht sich, denke ich, ganz gut. Ich habe es noch mit 100 probiert, das ist dann schon äußerst massiv, das fände ich zu viel. Mit viel weniger würde ich auch nicht arbeiten, also ich stelle mal so 50 als sinnvolle Zahl in den Raum. So. So, roundabout 50. Jetzt schneide ich das hier noch nicht ab, sondern ich lasse das erstmal lang. Da ich hier so einen Deckel von, ich glaube ich, Stecknadeln oder Stecknadeln waren das mal, der hat hier so einen Rand. Das ist ganz praktisch, weil jetzt nehme ich mir hier mein Band, wo ich die Turtel später drauf haben möchte und schiebe das hier einmal unten durch. So. Hat den großen Vorteil, dass er jetzt schon mal auf meinem Band drauf ist. weil durch diese kleinen Dinger hier werde ich sie später im Zweifel nicht durchkriegen. So. Jetzt ziehe ich mir das Ganze seitlich von dem Träger runter und wichtig ist jetzt, dass man das Ganze so ein bisschen auf Spannung hält, dass sich das nicht zu sehr zusammenfällt. Weil was wir jetzt noch machen wollen, ich greife mir jetzt mal sozusagen das lose Ende, fädele einmal meine Wolle auf. Was ich jetzt noch machen möchte, ist praktisch das Abbinden. Schere wird überbewertet. Das mache ich nämlich jetzt mit dem laufenden Band. Sorry. Da kam gerade ein Anruf von meinem Schneidebeauftragten. Gut, dass er anruft, dann kann ich ihn gleich noch bitten, das hier dann zu schneiden. So, ich wickele das jetzt also drei, vier Mal erst mal nur einmal rum. So, dann bildet das hier schon mal so ein bisschen einen Abbinder. Und jetzt, weil ich hier nicht groß knoten möchte, mache ich folgendes. Ich lege es rum und ziehe es sozusagen durch die eigene Schlaufe nochmal durch. Nummer eins. Und den Spaß wiederhole ich einfach so im Endeffekt, bis ich nicht mehr genug Material habe, um es zu tun. So. Das ist einhändig immer etwas schwierig. Das sollte halten, weil im Normalfall passiert mit den Dingern ja nicht groß was. Kann man also ganz entspannt. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich mache das im Durchschnitt so sechs Mal. Keine Ahnung. Habe es ehrlich gesagt noch nie gezählt. Nach Gefühl. So. Ups. Da ist er. Jetzt da nicht. So. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug Material. Jetzt mache ich sozusagen die eigentliche Bobbel. Das heißt, ich schneide jetzt hier einfach diese ganzen Stränge, diese ganzen Runde einfach auf. Jetzt habe ich hier das Ende, was sozusagen vom Abbinder noch da ist. Schneide ich einmal auf der richtigen Länge ab und schon habe ich zwei von diesen lustigen Toddeln. So. Befestigen. Entschuldigung, es staubt hier tierisch. So. Ich nehme mir meine Toddeln. Nehme mir meinen Hut. Es wäre jetzt einfacher, wenn ich ihn nicht hochgebunden hätte. Aber es geht auch so. So. Jetzt ziehe ich den ganzen Spaß da einmal durch. Wow. Da bin ich ja tatsächlich sogar halbwegs gut gewesen mit dem Schätzen. Jetzt suche ich mir mal zwei Stecknadeln. Ich merke, ich habe meine Stecknadeln noch da, wo ich gestern genäht habe. Stecknadeln. Ich habe mir gleich ein paar mehr geholt, weil ich werde gleich auch noch ein paar mehr brauchen. So. Was ich jetzt mache, ist, ich lege die Toddeln jetzt hier sozusagen auf den Rand, dass sie ja schön übergucken. Und später werde ich das jetzt hier mit einem ganz einfachen, kurzen Stich festnähen. Aber das muss jetzt nicht sein, weil das kostet uns jetzt hier im Tutorial nur unnötig Zeit. Und wie ihr näht, wisst ihr, glaube ich. So. Das ist Nummer eins. Dann ziehe ich das hintere Band sozusagen erstmal so halbwegs stramm. Also nicht stramm im Sinne von es steht hart unter Spannung, sondern stramm im Sinne von es hat nicht den Bedarf raus. Würde, selbst wenn die, wenn sich die kleine Naht hier löst, würde es nicht rausfallen. Das ist so der Grad von Spannung, den ich haben will. So. Und schwupps haben wir hier das Ding auch fest und es verdeckt hier gleich noch schön diese Nahtstelle, wo die, wo der Rand sozusagen übereinander liegt. Das fällt jetzt gar nicht mehr so auf. Jetzt ziehe ich mir das hier durch. Ich ziehe mir das hier durch. Und ich mache es jetzt so, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich habe es mir so angewöhnt und meine Nadel hält nicht. Hervorragend. Es ist immer das Gleiche, wenn man parallel Dinge erzählt und Dinge tut. Eins von beiden wird immer scheiße und das ist in diesem Falle die Arbeit. So. Was ich jetzt mache, ist wieder relativ simpel. Ich binde es zusammen. Ich spare mir jetzt mal das Ganze aufzubinden, damit es nicht noch länger dauert. So wichtig ist, dass man das Band am Hutkörper einmal ganz nach unten drückt, dass das nicht sich irgendwie aufschiebt. Und wenn es das nämlich tut, ist das ein wenig blöd, weil es dann eventuell zu eng sitzt, wenn man es runterzieht und dann den Hut verkleinert, was wir nicht wollen. So. Fixer halber Schlag. Und jetzt stopfe ich das ganze überzählige Material unter den Hervorragend. Heute mit den Nadeln habe ich es offensichtlich. Ich hätte es doch festnehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich jetzt in Summe schneller gegangen. So. Hoffen wir mal, dass das erzählt. So. Jetzt habe ich hier meine beiden Torteln fest. Und kann mir, obwohl er mir wahrscheinlich deutlich zu klein ist, diesen Hut aufsetzen und habe lustig, lustig meine Torteln. Ja. Er sitzt deutlich zu hoch. Aber das ist auch okay. So. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wir wollen unsere Kokadenbefestigung machen. Kokade kommt links hin. So. Was wir dafür brauchen, ist einmal für jetzt dieses Projekt wieder dieses Köperband. Das ist wieder 10 mm. Das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt gehabt. Auch das Weiße ist ein 10 mm Köperband. Das hier ist jetzt entsprechend ein farbiges, was ansonsten gleich ist. So. Wie viel braucht ihr davon? Was ich mir gemerkt habe, weil es funktioniert, ihr nehmt euch den Hut und legt das Köperband von einer Spitze zur anderen. Das ist auf jeden Fall genug. Weil was wir jetzt tun wollen, ist, so wie bei diesem hier, wollen wir hier unten den Knopf ergänzen. Der sitzt sozusagen ganz knapp unterhalb der Befestigung. Und dann wollen wir später so das Band ergänzen, dass es nicht zu straff und nicht zu locker ist. Ich werde jetzt erstmal fix diesen Knopf festnehmen aus einer unserer wunderschönen Ocon Creek Militia Knöpfe. Den werde ich jetzt erstmal kurz herannähen. Das werde ich euch einmal verzeitlupen, damit das nicht ganz so langweilig ist. Und jetzt mache ich es trotzdem auf. So. Einmal Knopf fest. So. Und jetzt kommt nur noch unser lustiges Bändchen. Da hat sich für mich bewährt, das einmal zu halbieren. Dann legt man das möglichst gleichmäßig, also dass es keine Windungen hat. Das ist glaube ich der richtige Begriff. Oder Verdrehungen. Dann fädelt man das hier so über diesen Knopf. Und was ich jetzt ganz ästhetisch fand oder finde, ist, wenn man das dann sozusagen so ein bisschen versucht in dem ähnlichen in einem ähnlichen Winkel wie die sonstigen Bänder hier zu machen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Stecken wir es einmal. Und hier auch so ein bisschen, dass das oben etwa die Hälfte vom Ding überdeckt. jetzt stecken wir auch das mal eben einmal fest. So. Jetzt nehmen wir uns hier mal unsere Notkokade, die ich natürlich gestern beim Zeigen erfolgreich zerstört habe. Die werde ich jetzt mal ganz kurz so ganz grob zusammenraffen. Kann halt kurz egal sein. So. Wo ist er? Da ist er. Wir nehmen unseren Stöffchen und schieben den Schrägstrich, legen den jetzt hier drunter und dann pinnen wir den sozusagen fest. Ich bin das mal wieder hoch, damit wir das auch vernünftig sehen können. So. Und das sieht doch dann eigentlich schon ganz nice aus. Ich muss mal kurz die Hutbänze wieder verpacken. Das ist leider immer das Problem. Wenn man einmal dran war, dann fallen die alle aus diesen Taschen raus. Das muss man dann immer ein bisschen nacharbeiten. So. Jetzt tun wir mal alles, was nicht nach außen gehört, nach innen. Dich auch. Und jetzt haben wir hier wunderschön eine Kokadenbefestigung. Und um mich nochmal ordentlich lächerlich zu machen, könnte ich mir diesen Hut jetzt sozusagen nach Dienstvorschrift aufsetzen und sehe ausreichend bescheuert aus. Ja. Cocktail. Ich muss euch das jetzt leider zusammenschneiden, weil ich keine Lust hatte, hier die roundabout vier, viereinhalb, fünf Stunden Arbeitszeit hinzusetzen und das dann an der EIS-Zeitraffern. Ich werde das jetzt hier oben nicht mehr festnehmen. Ich denke mal, ihr wisst, wie man ein Stück Köperband festnäht, innen würde ich es einfach abschneiden. Also ich würde es innen hier nicht so lang lassen, sondern vielleicht hier dann abtrennen, das hier runter nähen. Genau. Das ist es im Grunde genommen. Wir sehen, auch unser altes Kreuz ist noch vorhanden. Das zeigt uns, grob ob wir alles richtig gemacht haben. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr das Ding das erste Mal tragt, werdet ihr merken, dass irgendwas nicht ganz sitzt. Sei es hier irgendwo die Schnitte, die nicht gut sind oder dass ihr es zu fest oder zu locker geschnürt habt. Das müsst ihr einfach testen. Tut aber überhaupt nicht weh, das nochmal zu ändern. Ich habe hier unter auch zweimal schneiden müssen, weil ich mich beim ersten Mal relativ hart verschnitten habe bei dem dritten Hochbinder, was man nicht zeigt. Mal ist der Vorführeffekt, mal ist genau der umgekehrte Effekt. Ihr werdet sowieso das eine oder andere nochmal ändern müssen. Und hier nervt mich jetzt das, was ich hier immer drunter schiebe. Deswegen schiebe ich das da drunter, damit das nicht ständig rausflattert. So, ja, Cocktail-Arbeitsaufwand. 4-5 Stunden würde ich behaupten. Summe für das ganze Material hatte ich, glaube ich, eingangs nicht erwähnt. Der Hut sind roundabout 40 Euro bei den üblichen Lab-Großhändlern. Klassische Abenteurer-Hut gibt es, glaube ich, bei Mytholon, gibt es mit Sicherheit auch etwas Vergleichbares bei Burgschneider oder wen es auch immer nochmal alles gibt. Ich habe keine Ahnung mehr, wen es noch alles gibt. Da kriegt ihr sowas her. Köperband in Farben kriegt ihr auf Ebay, kriegt ihr auf AliExpress und den ganzen China-Seiten. Wish wahrscheinlich auch. Denkt dran, ab 1. Juli fällt, meine ich, die Zollfreigrenze weg, dann zahlt ihr mindestens 6 Euro für das Paket, egal was es wert ist. Danke, deutscher Zoll, das war wirklich notwendig. Dringend benötigte Subventionen für deutsche Versanddienstleister offensichtlich. 40 mm Schrägband kriegt ihr, ich habe es glaube ich, von Amazon bezogen oder von Ebay, ich weiß es nicht mehr, auch im örtlichen Handarbeitsladen, aber dank Corona hatte zu dem Zeitpunkt noch alles zu. Also Online-Shopping Wollen kommt ihr auch online ran, versucht was zu nehmen, was möglichst wenig Poly-Anteil hat, sondern viel Wolle, weil man sieht es einfach. Die Farbabgleichung mit euren anderen Farben ist schwierig, versucht es da nicht so perfekt zu machen, das funktioniert einfach nicht. Ich habe glaube ich drei verschiedene farbige Körperbänder in Gelb bestellt oder Gelbtönen, ist jetzt das geworden, weil es immer noch insgesamt am besten passt und mit den Aufschlägen vom Rotrock wird es sich dann auch wieder beißen, da hinten liegt noch ein anderes, was nicht ganz so gut ist, ist zu dunkel. Das hier würde zwar insgesamt wahrscheinlich besser zum Rotrock passen, was ich jetzt an Stoff habe, aber es fällt zu sehr aus dem Gelbton raus. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, versucht es nicht zu perfektionistisch zu sein, das bringt euch nichts. Kosten. Das Ding 40, so ein Ding Wolle kostet irgendwie 2,50 Euro, das Schrägband habe ich 5 mal für bezahlt, die beiden Körperbänder roundabout auch, also rechnet mal irgendwie mit 60 Euro Material plus Arbeitszeit, dann seid da safe aus meiner Sicht. Gerade sowas hier lohnt sich auch gemeinsam zu kaufen, kann man gut tauschen, weil kein Mensch braucht das alles, genau dasselbe gibt für das Körperband. Knöpfe, müsst ihr gucken, wie gesagt, wir haben jetzt eigene Knöpfe aufgelegt, das macht sich ganz geil, kann man auch jeden anderen Uniformknopf nehmen, Durchmesser sind 23 Millimeter für den Knopf, wie gesagt, die Körperbänder 10 Millimeter, das Schrägband 40 Millimeter, genau, so, ansonsten braucht man nicht viel, ich hoffe, dass es für euch ganz interessant war und nochmal der große Disclaimer, Labhut, nichts anderes. Falls irgendwann mal Renektoren das hier sehen, haut gerne was in die Kommentare, was ich alles falsch gemacht habe, ich lerne gerne dazu und wenn es da wie geilere Tutorials gibt, die das viel besser zeigen oder noch bessere Quellen, wo man sagt, da kriegt man die perfekten Rohlinge zu für den Wünftigenpreisen immer gerne die Kommentare, das hier ist eine solide Notlösung, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, dann soll es das hier gewesen sein, wird eher ein ähnlich langes Video, aber ich hoffe, es ist informativ. Ja, wenn es euch gefällt, schreibt was drunter oder so, dann weiß ich, dass es was taugt und wenn nicht, dann schreibt es halt auch drunter. Schön haben noch und wenn es euch dann schreibt es auch drunter. Vielen Dank.